Peters Hunter Eine völlig richtige Entscheidung jetzt den Vorteil gelten zu lassen Shannon O'Clark Also wer jetzt hier in Wembley noch nicht heißer ist, der hat kein Gefühl für Fußball Das war Alan O'Clark gewesen Immer ist das Bein eines polnischen Abwehrspielers da Jus mit seinem starken rechten Fuß jetzt Curry hervorragende Schüsse und hervorragende Leistungen des Tormannes Jetzt der von Tony Curry, das ist Peters Jus Und das muss ein Tor werden, nein Lato, Lato allein aufs Tor Das müsste unbedingt eine gelbe Karte geben Ja, da hieß sie schon Und das war immerhin noch eine fairere Art, einen Stürmer zu stoppen, als ihm die Beine wegzuziehen Es war allerdings eine Da gibt's denn das Lato hat offenbar zuerst geglaubt, er wäre abseits gewesen Er hat seine Chance offenbar gar nicht mitbekommen Alle Hochachtung vor den Polen, alle Hochachtung Herrlich und völlig ungedeckt Der ist völlig ungedeckt, ein großer Trippler, ein großer Trippler Der ist völlig ungedeckt, ein großer Trippler Der ist völlig ungedeckt, ein großer Trippler